so damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf mikroasite tv ich bin sabio begrüße euch ganz herzlich und freue mich dass ihr einschaltet mit dabei der strecken und wir spielen heute den stellwerk simulator der ist komplett kostenlos den könnt ihr euch ja könnt ihr euch selbst anschauen wenn ihr das wollt auf stellwerk simp.de und was das ganze ist da kann ich euch da vielleicht ein bisschen mehr erklären während ich hier schon mal die ersten züge hier abfertigen so also wir was was ist die aufgabe ein stellwerk simulators oder allgemein was das kann man hier so machen während ich jetzt hier um klicke ist es jetzt natürlich schwer das auch ein bisschen zu erklären alles so und gleich mein layout hier verändern weil ich habe ja layout also der stellwerk simulator ist natürlich wie kann man das sagen steuert natürlich die 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 ganzen s-bahnen oder fernzüge und alles sowas gibt halt immer zentrale punkte wir zum beispiel kümmern uns hier gerade um telto stadt lichterfelde südostdorfer straße lichterfelder ost langwitz und südende der eisregen wird den nächsten abschnitt nehmen den apriester weg und da ist er schon drin und ja wird natürlich sich dementsprechend halt um seine bahnhöfe kümmern wir werden es so machen dass wir nach zwei folgen mal wechseln weil mein plan den ich jetzt aktuell habe weil ich auch noch nicht so drinnen stecke ist relativ einfach der beim einsträgen ist schon ein bisschen mehr zu tun genau und ja wir haben natürlich die aufgabe die züge hier abzufertigen also wir werden jetzt mal nicht in einem zug sitzen sondern wir müssen gucken dass alle signale richtig liegen dass ja die züge halt sich nicht alle im wege rumstehen haben darauf zu achten dass hier keine also dass wenn ausfälle zum beispiel sind auf der strecke dass wir da dementsprechend schnell handeln müssen und alles so was das sind die aufgaben eines stellwerk simulators ja und ja das wollen wir euch hier heute mal vorstellen das einzige was ihr braucht auf dem stellwerk simulator ist ein java fähiges internet also google chrome unterstützt das nicht der edge unterstützt auch nicht gott sei dank gibt es auf windows 10 noch den ganz alten internet explorer und ihr könnt das machen oder mit firefox nutzen ja auch viele können das auch machen wenn ihr das plug-ins und das installiert hat dafür genau und ja ihr seht jetzt was habe ich jetzt gemacht ich habe jetzt hier schon mal die die fahrlinien die fahrrouten gelegt das heißt die fahren jetzt die fahrstraßen richtig die fahren jetzt hier diese weg ab das rote was ihr jetzt hier seht ihr das sind die züge ja also ihr seht sie bewegen sich jetzt auch und das ganze spielen wir auch online ja das muss man vielleicht noch mal dazu sagen also der strecken wie gesagt kümmert sich jetzt um den zweiten abschnitt wenn ich jetzt meine züge hier verspätet abschicke dann kommen die verspätet bei dem ice dragon auch an deswegen waren wir hoffen dass das jetzt hier nicht der fall ist wir haben unten links hier die zug folge wo ich schon sehe dass schon zwei züge schon mit einem verspätung ankommen aus priester weg das tut mir leid wir haben hier den fahrplan obwohl der fahrplan also der zeigt hat an hier wenn wir zum beispiel auf den zug aufdrücken können wir sehen wo er jetzt an der nächsten station anhalten möchte hier unten sehen wir die gleis belegung hier werden allerdings nur züge angezeigt die gerade stehen ja am gleis halt ihr seht jetzt aktuell wird jetzt um 5 25 der zug s 250 38 also die s 25 will um 25 nach priester weg abhauen und jetzt haben wir hier auf boss haben wir jetzt weiter nach bio berlin lichterfelder ost test machen ob der bei dir ankommt die fahrstraße kommt die an bei dir warum liegt wenn wir keine fahrstraße nach südende legt du mir mal eine fahrstraße rein naja das hat weil ich weiß nicht ob jetzt so ein zug jetzt demnächst vom brüster bekommen aber dann kann man sie ja alle wieder trotzdem eine reinlegen erstmal sehr ja so ja die kommt ich kann dir keine fahrstraße reinlegen weil gerade ein zug reinkommt jetzt ja aber trotzdem muss er dir eigentlich eine fahr wie du kriegst gerade und kriegst gerade einen zug von priesterweg rein ich krieg gerade einen zug von priesterweg rein okay das könnte erklären warum ich keine fahrstraße legen kann so sagen wir mal wenn der denn südende weg ist und wenn die strecke frei ist bis in die haltestelle rein so fs war auflösen genau das allerdings auch nicht mit dem fs auflösen und das wird gezählt übrigens na gut du hast gerade gesagt ich sollte jetzt eine fahrstraße reinlegen der hat jetzt liegen lassen können hätte dann gestört weil dann fährt nämlich der von südende nicht weiter wieso du kannst doch aus der haltestelle raus südende einfach nach triesterweg eine legen oder dass du da extra eine das habe ich jetzt nicht gemacht so wir haben jetzt hier den hier s 25 wird jetzt demnächst los sind wir hier auch btls 2 deswegen können wir hier schon mal die fahrstraße legen gesagt also eigentlich müsst ihr euch dass der strecken erklären weil der steckt deutlich mehr in der materie drin als meine wenigkeit hier aber um einfach mal zu zeigen weil wir hatten das tatsächlich schon mal aufgenommen gehabt allerdings mit fehler da war die ganze sicht dann vom ice dragon gewesen und damit zeit jetzt nicht permanent die gleiche ansicht ist seht ihr jetzt mal wirklich ein einfaches stellwerk was doch echt einfach ist ich hatte gestern einmal genauer angetestet gehabt und da hat man denn fernzüge drin obwohl ich hier zu sagen muss ganz stimmt das nicht ich glaube das habe ich gestern auch schon mal geschrieben weil ich der feldesüge hat nämlich auch noch fernverkehr ja das ist richtig aber der wird vom vom estw der s-bahn nicht bedient aber hast du nicht auch ich habe nur die züge ich habe höchstens mal einen güterzug mit drin ja das liegt aber daran dass der hier wirklich über die s-bahngleise fährt deswegen habe ich den dann mit drin die züge nach malo sind ja auch eine s-bahn so genau das wollten wir euch einfach mal zeigen wie gesagt komplett kostenlos ihr einzig was ihr braucht ist die registrierung und halt java wenn ihr das dann habt dann könnt ihr das gerne selbst spielen halt wie gesagt im online modus das ist echt witzig so der ist übrigens raus ne wo aus südende wenn du zum beispiel jetzt nämlich berlin brandenburg aufmachst und da dann zum beispiel weiß ich nicht noch mal schöne feld ist das damit drin berlin brandenburg ist nämlich nicht s-bahn sondern dann direkt der schön links aufmachst und hier oben zum beispiel malo blankenfelde s-bahn das müsste die strecke sein genau nicht gerade so wir gehen jetzt schon die fahrstraße also wenn der zug jetzt hier weg ist weil der hält jetzt hier nochmal landwitz bei uns jetzt hier landwitz eingleisig genauso wie hier oben die verbindung zwischen lichterfelde süd und teltow stadt das eingleisig das heißt wir müssen das natürlich dementsprechend koordinieren dass jetzt die züge blöderweise jetzt an bahnhöfen oder vor den signalen warten müssen bis das gleisabschnitt frei ist und man kann hier aber das kann da erst wirklich besser erklären es gibt hier auch noch so ein telefon wo man dann noch anrufen kann wenn es über störungen gibt zum beispiel das kann man machen aber ihr könnt sich natürlich auch jetzt das anrufen ist kostenlos naja das läuft über ein ip über ein ip voice server quasi und das ist von denen direkt so eingerichtet ist auch relativ leicht zu konfigurieren wenn man die anleitung das es da gibt online befolgt und ist relativ einfach ja aber man muss es nicht nutzen nutzen auch echt weniger muss ich sagen also wirklich aktiv sage ich mal ich habe es auch schon laufen gerade im hintergrund während bei wo ich mir dachte so ja es ist ganz praktisch dahingehend wenn man wirklich mal eine größere störung hat und man sich jetzt wirklich mit dem nachbar stellwerk man jetzt nicht persönlich kennt wie dich jetzt wo wir über den ts reden und jetzt nicht persönlich kennen und wirklich einfach mal anrufen will und sagt junge ich würde gerne mal hier was mit dir klären ich müsste jetzt mal ich habe eine riesen störung hier ich muss jetzt einfach mal die züge über das gegengleis schicken und dass man das absprechen kann ja aber dann auch immer jeden einzelnen zug absprechen kann du musst ja jeden einzelnen zug in ankündigen wenn du den wenn du den weil manchmal hast du das problem zum beispiel du jetzt wenn wir das mit dir was gegengleis fahren würden wollen dann müsstest du die züge ja die jetzt von teltostadt kommen schon vor vor langwitz schon aufhalten du müsstest die ja vor der eingleisigen in langwitz schon aufhalten und ich müsste die hier schon vor priesterweg aufhalten wenn wir gegengleis würden fahren wollen weißt du ja und das ist so eine sache ich muss aber noch mal raus ich muss das noch mal neu starten ich hatte mich diesen blöden also in anführungsstrichen blöden realen modus drin ja was bedeutet der reale modus der reale modus bedeutet dass die anzeige anders ist du siehst halt nicht so genau wo der zug gerade ist da wird einfach nur der gesamte streckenabstand einfach mal rot so nach dem motto okay weil irgendwo in diesem abschnitt ist der zug das ist eigentlich der reale weil real siehst du nicht so ganz genau wo der zug gerade ist okay es hat nur der gesamte streckenabstand der ganze block abstand oder bis zur nächsten erfassungseinheit quasi ist einfach rot der zog aus nachher gefahren der stück ist jetzt rot fertig ist aber realistisch mit zehn minuten verspätung kollegas ich schicke gar nichts ich krieg von südende 25 06 ist aber keiner von mir dann meiner kommt jetzt meiner kommt jetzt erst der fährt jetzt gerade im südende ein ja der kommt jetzt demnächst ja ich hab mir halt schon angekappt mal schon anja hier stehen er wird mir schon angezeigt die was mit zehn minuten verspätung ich habe zwei minuten verspätung wir warten mal zwei minuten 18 hier sagen jetzt kommt er bei mir in gefahren das bin ich da nicht wo ist er bei dir gerade für gerade den langwitz ab 25 036 ja das ist der s 26 kommt 26 5 22 26 5 22 nee den meine ich ja nicht und dann habe ich dir noch nicht geschickt hast du 25 036 drin bei dir irgendwo noch 25 was 25 036 ist eine s 25 habe ich nicht drin gut dann kann das sein weil er zehn minuten verspätung hat dass er bei dir schon längst raus war offiziell und deswegen bei mir jetzt erst her ankommt das noch mit der überlappung ist bei mir das gerne trotzdem mal diesen glaube ich den realen modus wieder ausmachen dann sieht das für euch noch ein bisschen unterhaltsamer aus wenn man ein bisschen mehr bewegung sieht wahrscheinlich ja also wie gesagt die ersten zwei folgen wollen wir jetzt mal machen dass ich ein leichtes stellwerk sehen könnte das finde ich auch das kann man gut zum einüben benutzen die ganze zeit haben wir mal hier so rumgeschaut ja bitte stellwerk dann relativ einfach ist und das ist es das ist sehr einfach wo wir letztens auf der gamescom waren in köln das müssen wir euch mal erzählen da ist ein zug nach dem anderen gekommen ein zug nach dem anderen wo der ersteiger sich dann gefragt hat weil er davor schon also du spielst schon länger den stellwerk sind ne ja sich dann gefragt hatte hatte wie kann das sein das muss doch das muss doch höllen arbeit sein aber du hast gestern getestet und so schlimm war es nicht hast du gesagt nö 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 köln hauptbahnhof es ging eigentlich also es kommt ja immer natürlich auch die verspätungslage an auf wetter und so weiter ich meine wir haben jetzt hier sommer gewählt instanz zwei die ist relativ harmlos sommer oberhaltungsausfall in einigen regionen großveranstaltungen bauarbeit in einigen regionen großveranstaltungen trifft uns allerdings hier unten im priesterweg und lichterfelde und helde unten auch nicht das wäre dann eher so ein instant bereich wo du einfach ein paar sonderzüge hast was da heißt zum beispiel letztens was bin ich denn da habe ich denn da gespielt gehabt für den bahnhof einer richter auch getestet gehabt da hatte ich ein paar sonderzüge von vom hsv das war glaube ich sogar als ich haben gespielt habe das letzte beispiel sonst meistens immer den bahnhof ham das ist irgendwie mein lieblings bahnhof ok den kenne ich in und auswendig ich kenne die gleise ich weiß wo ich welche züge stellen muss wo ich die kuppeln muss wenn ich nur sehe in der fahrliste da kommt ein ICE klickt ihn an dann sehe ich schon kuppelt mit dann will sich schon gleich fünf alt klar ja dann will sich schon wo der hin muss und dass der warten muss ich hatte das letztens gehabt nicht nur mit der weichenstörung letztens hatte ich ja in der aufnahme die letzte mal gemacht hatten schon erzählt hatte ich eine weichenstörung 79 minuten ich konnte 79 minuten lang einen bestimmten güterzug und alle die dahinter kamen natürlich auch nicht fahren lassen ok der muss dann wirklich diese 79 minuten bei mir im stellwerksbereich warten konnte ihn nicht weiterschicken wäre dann auch so eine absprache mit nachbarstellwerk von wegen du wie sieht's denn aus kannst du lieber die bei dir zwischen parken ich kann die hier nicht weiterleiten ich habe keinen platz für die grüßt die wohl mit denen sonst und oder schicken wir erst mal nur die züge die in die und die richtung weiterfahren weißt du weil eine bestimmte richtung kann man vielleicht fahren aber eine andere richtung vielleicht nicht weißt du so nach dem motto so ich muss noch kurz warten wenn ich online gespielt habe kann man ja nicht so schnell das stellwerk wechseln oder wieder neu in dasselbe stellwerk einsteigen dann muss der mal kurz warten es hat noch gesperrt wartezeit für selbes stellwerk so jetzt ist es auch wieder frei sehr gut so dann dürfen wir wieder rein so 5.30 Uhr haben wir es im spiel dann starten wir jetzt wieder rein in den BGT jetzt mit dem Unterhaltungsmodus wieder so schön heißt so ich hätte gerne layout gerne mal die analoge uhr lasse ich mir einblenden weil ich es nicht an habe das Telefonsystem kann ich mir auch die analoge uhr einblenden lassen habe ich ganz groß hier auf dem dings eine analoge uhr ist ganz praktisch so dann zoomen wir erstmal hier noch ein bisschen ran ich habe gesehen den kann ich fast auf 100 150 hier genau knapp 150 prozent hochknallen hat man schöne übersicht so jetzt bin ich wieder drin ich habe einen Zug der muss vom Rangierbahnhof raus aufs Gleis und dann muss er zurück nach Teltow Stadt beziehungsweise habe ich jetzt nicht mehr weil jetzt ist er wohl schon drin anscheinend schade wechselt er dann automatisch weil irgendwie die richtungswechsel wenn die planmäßig sind wechselt er die automatisch ja ja wenn er automatisch also wenn er richtungswechsel machen muss dann macht er den in der regel automatisch nur außer plan sachen musst du selber anordnen dann so jetzt soll gleich einer abfahren 32 von ne nach malo so dann bitte einmal bü schließen so und dann ne das ist der falsche upsala auflösen so der war falsch der will nämlich die andere Richtung der vom Priesterweg wollte Richtung malo abfahren der da so bitte mal ne alle Fahrstraße alle Autofahrstraßen will ich nicht aktivieren ich hab hier nur bestimmte die ich anmache ich krieg dir auch so ein paar Autofahrstraßen die bei dir allerdings nicht viel bringen aber da wo man zwei Gleise hat da macht es ja Spaß wir können uns auch gerne mal irgendwann mal die U-Bahn angucken ne U-Bahn das hört sich natürlich auch nicht verkehrt an ja die U7 meines Wissens ich muss aber nur mal nauer nauer nachgucken kann ich aber gleich parallel mal machen und mal schauen was es noch so gibt wegen auch passendem Nachbarstellwerk logischerweise da wirst du allerdings definitiv hab ich aber doch schon mal gesagt mit Autofahrstraßen arbeiten müssen ansonsten kriegst du dann Knall so hier machen wir auch eine automatischere Rhein-Albert von Südende kommt ich wundere mich dass er mir nicht anzeigt bei Südende dass die Signale hier gelb sind eigentlich müsste er mir die Brück-Signale die Vorsignale gelb schalten hat er die bei dir geschaltet was weil er jetzt Priesterweg besetzt ist hat er dir jetzt diese zwei kleinen Gleissignale die in Richtung Priesterweg stehen hat er dir die auf gelb geschaltet das eine ist gelb das andere nicht das andere ist grün also wenn ich jetzt so zu dir rausschicke ist das grün und wenn grün weil ich die Fahrstraße gelegt habe ja das andere ist gelb das andere ist gelb ja warum schaltet er die bei mir nicht zu dir die müsste er eigentlich aufschalten ja wie ist die Kommunikation nicht nach 100% da tja ja wo ist das manchmal mit der Kommunikation so haben wir irgendwo Züge rumstehen hier ich hab ja bloß drei Züge aktuell drin wer steht denn hier vor einem Signal irgendwer steht vor einem Signal äh 234 234 von Malo nach Anhalter Barlo so aber was soll ich sagen dass du an dem Signal stehst bist du blöd die erste Folge ist zu Ende wir sehen uns zur nächsten Folge hier wieder unbedingt wenn euch das gefallen hat könnt ihr ein kleines Dankeschön da lassen wenn wir uns darüber freuen verabschieden wir uns hier sagen Dankeschön fürs Zuschauen ciao tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss